ja hallo leute ganz kurz ich weiß ich bin euch noch meine sendung schuldig sie habe ich heute gerade gemacht sie kommt wie gesagt entweder am ersten oder am zweiten auf youtube hoch ich möchte von euch wissen wenn ihr jetzt dieses video anschaut ob ihr es in 4k anschaut oder in 1080p ja ihr könnt mir eigentlich privat schreiben kommentare habe ich leider abgestellt weil es mir nicht gefällt das andere so viel unsinn schreiben ja wie gesagt mich würde interessieren ob ich jetzt auf 4k aufnehmen oder ob youtube es wieder nicht als 4k kennt und ich sage noch einen schönen sonntag macht es gut